Steuern zu sparen, das ist entgegen des linken Zeitgeistes kein Vergehen, sondern das Gebot der Stunde. Es ist nicht Ihre Aufgabe als Bürger, diesen ohnehin zum Untergang verurteilten Staat finanziell stark zu unterstützen, als unbedingt nötig. Nicht nur der Berliner Flughafendesasterbau zeigt Ihnen glasklar, der Staat kann mit Ihrem Geld ohnehin nicht haushalten. Also klopfen Sie ihm gehörig auf die Finger. Und vor allen Dingen müssen Sie sich vom Finanzamt garantiert nicht alles gefallen lassen. In allen Bereichen kann Ihnen Ihr Steuerberater nicht weiterhelfen. Dieses Buch kann es durchaus, selbst wenn er es wollte. Ihr Steuerberater kann Sie nicht so konsequent gegen das Finanzamt schützen, wie Sie selbst es gerne hätten. Er ist gesetzlich verpflichtet, Sie im Extremfall dem Finanzamt ans Messer zu liefern. Zum Glück aber gibt es dieses Buch, die Macht des Steuerzahlers. Dieser Ratgeber zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie der maßlosen Gier des Finanzamtes einen unüberwindlichen Riegel vorschieben. Die Macht des Steuerzahlers verschafft Ihnen zahlreiche Vorteile. Setzen Sie beim Finanzamt dieselben legalen Tricks ein wie die Großkonzerne. Nutzen Sie jede Gesetzeslücke gnadenlos zu Ihrem Vorteil aus. Hebeln Sie die gezielt falschen Bescheide des Finanzamtes geschickt aus. Nehmen Sie jede Steuerprüfung souverän auseinander. Sparen Sie im erheblichen Ausmaß Steuern und vieles mehr. Die Macht des Steuerzahlers ist Ihr treuer Helfer im Existenzkampf gegen das Finanzamt. Es ist leicht verständlich geschrieben. Sie brauchen also kein Steuerberater zu sein, um diese Methoden systematisch und gezielt anwenden zu können. Mit diesen Techniken bieten Sie dem Finanzamt souverän Paroli. Schauen Sie einfach auf der www.erfolgsonline.de nach weiteren interessanten Infos. Wir sehen uns. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Rademacher Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. 睪